Was so die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner Nachmittags at 5 o'clock Von Madame X und Madame U Am besten ist, man hört den Leuten gar nicht zu Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Schuffel gewogen Und man urteilt ganz oblock Mit Mr. X ist die intim Der hat mit ihr etwas und die hat etwas mit ihm Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben Ist sie hübsch? Wird man sagen, die muss doch eins haben Die muss eins haben Es wird so dumm Tja, und wenn man schon so redet Und sie hat keins, na dann ist's doch gleich viel besser Ach, sie hat eins Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können sie mir sagen? Warum? Man lacht diskret Und so entsteht und so entsteht die ganze Chronik skandalös Und so weiter 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 Und so weiter